Das Jahr 2020 war ein gutes Immobilienjahr. Es war geprägt von einem anhaltend historisch niedrigen Zinsniveau, trotz Covid-19 von einer ungebremst starken Nachfrage sowohl von Eigennutzern als auch von Anlegern und in vielen Regionen von einem sehr knappen Angebot. Die Auswirkungen von Covid-19 auf dem Immobilienmarkt werden erst heuer schrittweise spürbar werden. Nun, wie sehen die Prognosen der Remax-Expertinnen und Experten für den heimischen Immobilienmarkt 2021 aus? Es wird ein steigendes Angebot und weiterhin eine gute Nachfrage erwartet. Die Preise für Einfamilienhäuser bzw. Eigentumswohnungen in zentralen Lagen werden moderat zulegen. Die Preise für Baukonststücke werden hingegen spürbar steigen. Für Mietwohnungen werden tendenziell stagnierte bzw. sogar leicht fallende Preise erwartet. Im Bereich der Gewerbeimmobilien ist zum Teil mit starken Preisrückgängen zu rechnen. Nähere Informationen bzw. Details zu den jeweiligen Bundesländern finden Sie unter remax.at können Sie über den 1.